Und dann starten wir gleich mit dem Intro. Würde ich sagen. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Oh. Mario und die anderen folgen einer Eindrückung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Prinz Florian? Hey, hallo! Die Blume spricht da. Die ist in Deutsch vertont. So viele Besucher heute. So viele Besucher heute. Dankeschön. Okay, dann gehen wir mal hin. Super Mario Bros. Wonder. Oh, passt eigentlich der Ton so? Sehr gut. Okay, wen haben wir da? Was passiert jetzt? Rosa? Aha. Okay Wow Wie krass das aussieht Also wie Es ist halt so schön animiert Wow Oh Die sind eingesperrt Diese Wie heißen die Wir werden die noch erfahren Wie die genau heißen Prinz Florin War das nicht dieser fiese Bosa Wie konnte er unser Blumenschloss Und die Wunderblume stehlen Unfassbar Dass dieser Kerl Auf diese schlimme Art Mit unserem schönen Blumenschloss Verschmolzen ist Damit darf Bosa nicht durchkommen Nein Das ist aber nicht Gar nichts auszudenken Was er alles anrichten Könnte Dafür gibt es Mario Und seine Freude Manche meinten auch Dass es irgendwie so An Donkey Kong Country Von Animationsstil Auch so rankommt Da bin ich mal gespannt Wir starten das erste Level Oder Welt Je nachdem Keine Ahnung wie es gewertet wird Willkommen im Blumenkönigreich Los geht's Schwierigkeit Einstirn Aha Oh ja Gut Da ist die Elefanten Ding schon Warte Das nehmen wir gleich Wowie saui So mit Y Ah wir können so Wasser spritzen Oh wie cool Und die Gumbos mögen kein Wasser Die sind Wasserscheu Aha Aha Die Blumen Okay Die sind sehr entscheidender So jetzt haben wir die Blumen auf Und jetzt passiert's Crazy Stuff Was wir auch beim Triller gesehen haben Warte ich will alles einsammeln Alles einsammeln Alles einsammeln Gut so Ich weiß nicht was die gelben Dinger Äh gelben Dinger Genau Die Linen Äh Linzen bringen Aber die werden schon was bringen Die werden schon was bringen Ah die Zähne kann Die Zähne kann ich mich ab Ah verdammt Die hätte ich Ich habe ja eins ausgelassen Oh oh Alles kriege ich noch Ah ja Okay Achso Da kommt noch eine weitere Röhrenraupe Okay Und jetzt Achso Ist kein Timer Ist einfach so eine Passage Okay Gute Frage Oh Wundersamen erhalten Oh wie Wie schön Wie Maru sich so duckt Als Elefant Ich bin ja Tschüssi Und da ist Warte mal Habe ich jetzt eins verpasst Ich habe jetzt eins verpasst Ne Na egal Ah nein Die Letzte Bekommen wir da Ah ok Sehr cool Level beendet Oh yeah Da Lola Prima Wundersamen werden uns auf unsere Abenteuer sehr nützlich sein Sammeln wir doch noch mehr Ok Das sind sozusagen die Sterne Jetzt sind das Samen In Zelda kennt man schon irgendwie mit die Crocsamen Jetzt macht das Mario auch nach Wie die Wundersamen Hört sich besser an Weil die Crocsamen Die Sind einfach nur Kacke von die Crocs Eigentlich Gut so Oh Kurz mal in den Hintergrund Leute Der ist ja eine Münze Was will der da Was siehst du Was siehst du Bist du Stress Du da unten Ha Stress Elefant Mario kommt jetzt Weg mit dir Ok und dann kommen wir wieder Da oben raus Ah Wie schön wie Maru da raus Plumpst Aus der Röhre Sehr schön gemacht Da muss man sich sehr gut umgucken Was ist jetzt los Ok Ah die Bütze Ich hab meine Faust Und jetzt alle Oh warte Da oben kann man ja Mhm Sorry Ich dachte Ich bin mal böse Ups Ok das wär echt cool Oha Woho Wundervoll Alter wie cool Wir haben schon zwei Littles gemacht Und das ist schon 10 vor 10 Wir können schon aufhören Leute Mir gefällt das Spiel Das war's Danke Nein Wir machen natürlich weiter Nix wie hinterher Mhm Was haben wir da für Kreaturen auf dem Bild da Da war so ein Hamster abgebildet Was ist das für einer Der wird da solche Ist das ein Otter Der wird da solche Erbsen Oder was ist das Nein Blüten Wett da jetzt Der hat die Blume Oh Ich hab einen Stern Ok ich mach weiter Jawohl Ok das ist cool Besonders weil die Blumen auch sprechen können Das ist richtig cool Ab ins Ziel Oh Oh Schloss Boser Oh Das gefällt mir Das Blumenschloss ist mein Ja ich bin das Blumenschloss So viel Wundervolle Macht Ich spüre Wie ich stärker werde Und stärker Und noch stärker Bald wird alles mir gehört Das ist die erste Welt Ne Das davor war noch Und dann war noch Tutorial Dings da Guck mal wie das Spiel ist Spitz und Klasse Mein Papa ist jetzt ein Schloss Er hat jetzt so viel Macht Dass niemand ihn Noch auffalten kann Hey Da ist er stolz drauf Nicht jeder kann ein Schloss sein Ok Ok ein Kolopteros Meinst du ich haben die Pokémon Oh warte ich hätte Absichten wählen können Aber wir haben ihn nur eins Also Oh Passt das schon Und das ist ein Kolopteros Sehr interessant Der hat sogar eine Münze Interessant Interessant Oh 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 Eine nach den anderen Eine nach den anderen Nein 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 Ich mach das hier Ok sorry Warte Machen wir es so Oh Und am Bonus Level Oh das sind böse Wolken Böse Wolken Ist doch schön So andere Gegner halten Oh 60 Sekunden Da kommt die Horde Moment ich will das einsammeln 30 Sekunden war das Dann geht's weiter Warte ich muss Warte die haben Die haben das Ziel mitgenommen Das hab ich jetzt nicht gesehen Weil ich da hinten bin Oh Wonderful Weil das Häuschen Ja echt Und da ist das Ziel Oh die Flagge ist aber riesig Also die Stange da Ok das ist gut gemacht Oh da gab es noch einen Samen Die blaue Blume Die muss man in Ruhe lassen Ok 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 Hier Ah da ist das Ziel Achso Ach Jetzt check ich's Aha Oh Aha Ja 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 Gibt Sinn Oha Warte ich wollte eigentlich da oben landen Aber egal Krieg Krieg ich auch eins Wenn wir Ja ich krieg auch eins Ok Aha Oha Versteh So Dann wollen wir mal sagen Roll 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 Ok So Oh Schwierigkeit Zwei Sterne hat er schon Ok Der Schwierigkeitgrad steigt an Leute Da muss man jetzt aufpassen Oh Roll 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 Oh, Bonus, Leute. Ja, hallo. Die Saun sind auch lustig jetzt. So schön neu. Oh, dreimal treffen lassen. Wo ist er? Die Blase muss platzen. Die Blase muss platzen. Die Blase muss... Die Blase platzt nicht. Oh, da ist die Blüte. Oh. Oh, das sind Riesen. Rolf. Das sind Riesen, Rolf. Rolf. Du hast deine Wundersamen. Gib mir deine Wundersamen, Rolf. Rolf. Ich hab's. Okay. So, let's go. Beglerrennen über Stock und Stein. Beglerrennen. Oh. Halte beim Laufwüxeln gedrückt, um zu rennen. Okay. Schnell rennen. Oh, da ist eine Münze. Oh, ich lasse mich aus. Ich schaff das. Oh nein. Autsch. Oh nein. Oh. Der hat Schlittschuh, Dinger. Das ist ein Rollschuh. Du. Ha. Der muss. Einen Umweg machen. Oder nimmt er jetzt eine Abkürzung? Nein. Ich hab das Gefühl, ich lasse einiges aus. Oh nein. Da kommt er. Oh. Oh. Ja. Oh, der untere Weg wäre besser gewesen. Oh. Ziel. Erster. Oh, das war cool. Sehr schön. Das erinnere ich mir jetzt an Super Mario Maker. So, so die Runs da. Street Run Level. Das ist cool gemacht. Das ist cool. 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 Das ist cool.